Somit herzlich willkommen, meine Hübschen, hier bei Diablo 3, Schmieren auf Stuhlen, ach nee, Reaper of Souls, Entschuldigung, und Season 328, ich war lange nicht mehr dabei, in der Zeit hat sich wieder sehr viel getan, und warum jetzt Diablo 3, relativ simpel, Diablo 4 wird weitergemacht, aber wenn ich am Streamen bin, dann kann ich immer so 2-3 Stündchen streamen, jede Folge 30 Minuten, heißt es sind pro Stream, sagen wir mal, roundabout 5 Folgen, damit habt ihr dann anderthalb Wochen Ruhe, ich würde aber gerne in den Zwischentagen, alle 2-3 Tage Diablo 4, in den Zwischentagen würde ich gerne, oh das war ein Herzchen, habt ihr gesehen, in den Zwischentagen würde ich gerne Diablo 3, Reaper of Souls, letzte Season reinballern, also wenn ihr Bock habt, seid gerne dabei, ich hab's gerade schon angemerkt, ich bin leider kein YouTube Partner mehr, ich war zu lange inaktiv, ist mir scheißegal, ist nicht schlimm, hat aber den Nachteil, ich kann keine Musik von Epidemic Sound reinballern, was natürlich schade ist, weil es sonst gefleckt wird, drauf geschissen, wir machen hier ein bisschen Musik rein von Diablo, weil, ne, es gibt nichts schöneres, als den schönen Diablo 3 Game Sound, weißt du bescheid, ne, so, da gibt's auch nichts dran zu rütteln, und wir gehen mal ganz kurz, ne, halt, stopp, ich wollte hier, neuen Charakter, also wie gesagt, letzte Season, ich glaub Season 29, ist das korrekt? Dann nehmen wir hier, wie ich es gerade schon in dem Stream genannt habe Ja, das ist ein Livestream, also liebe YouTube-Zuschauer die das in der Zukunft sehen werden, kommt gerne auf Twitch Reinkarnation Solo, sie verfügen über die aktuelle Season, sie verfügen für die aktuelle, achso, ah, okay Ja, dann reinkarniere mal Ja, und, oh yes wir müssen unsere Post abholen, geil Ich wollte schon immer meine Post abholen, ich kriege sonst nur Rechnung, was ist das hier? Solo Season, oh yes Solo Season, was heißt das? Ich interpretiere es einfach mal, denn ich habe es mir nicht durchgelesen, ich vermute aber ganz stark Entschuldigung, ich habe mir gerade einen Energiedrink ohne es zu nennen aufgemacht und, ja, okay Solo Self-Hound heißt in dem Fall Solo Season, ich kann aber mit anderen spielen, oder? Ich kann aber nur das aufheben, was ich selbst finde, ist das korrekt? Habe ich das zusammengefasst oder heißt das Solo, kann ich wirklich Solo spielen und ich bin jetzt hier quasi das Opfer, was nur alleine spielt? So oder so, ändert sich nichts, ist eigentlich so wie wir es kennen So wie wir es kennen und lieben Okay Dann machen wir hier mal ein bisschen lauter Source Season, Meister lassen wir drin, runtergehen kann man immer noch Guck mal, ein bisschen habe ich noch im Köpfchen Also es ist nicht alles Ich muss mich kurz richtig hinsetzen hier Oh mein Gott, oh mein Gott Ich habe nicht alles verlernt, aber den Großteil Also ich werde natürlich auch wieder auf eure Hilfe angewiesen sein, ne Wie wir es alle kennen So, Gefährte, das ganze Pipaporium Ähm, okay Dann gucken wir mal Das erste, was wir machen, ganz klar Klassische Diablo-Manier Erstmal unseren Begleiter beklauen Wir gehen mal zum Templer Gib mir deine scheiß Waffe Das ist jetzt meine Gib mir die, habe ich gesagt So Wenn musiktechnisch irgendwas Sein sollte, dass irgendwas zu laut, zu leise ist Dann ist das euer Problem Nein, dann sagt mir gerne Bescheid Ich werde das natürlich zeitnah beheben Nach einem Antrag So Ähm, natürlich können wir jetzt natürlich Dann auch ganz natürlich Unseren natürlichen Begleiter mitnehmen Natürlich Okay, dann haben wir das Komm Begleiter Ach nee, du hast ein Schild, ne Warte mal Neun Acht Dein Schild ist besser als meins Junge Da ist aber irgendwas ganz verkehrt gelaufen Okay Äh, ins Inventar legen Was wir jetzt allerdings noch machen Da war doch was Und zwar die, ähm Das Wie heißt das, Bums Ähm Herausforderungsportal Das war das Was ich suchte Spiel Beitreten Komm, mach mal Dann machen wir das nämlich als erstes Ne, damit wir hier Ein bisschen weiter kommen Dann haben wir nämlich schon mal die Würfel Und dann hoffentlich klappt das irgendwie Okay, ich seh schon Sind wahrscheinlich die ganze Drei Leute online bei Diablo 3 Hahaha Ich hab mich erschrocken, ey Ich hab mich echt erschrocken Gerade, ähm Wenn du bei OBS eingibst Okay, äh, welches Spiel willst du streamen? Habe ich Diablo eingegeben? Dann siehst du so Diablo 1 4 Zuschauer Diablo 2 Irgendwie, ähm 80 Zuschauer Diablo 3 Diablo 3 134 Zuschauer Hahaha What the fuck Okay Und Diablo 4 auch irgendwie Nur 1000 Zuschauer, ne Also Da ist Nicht mehr alles ganz so spaßig Wie ich, äh Wie ich das raussehe Ne Also Halten wir fest Diablo Ist ein totes Brot So, jetzt gucken wir mal eben Wie, wie ging das hier, Alter Ach, guck mal So ging das Okay, warte mal Was war hier? Hier Patschehähnchen aufs Gemüt Ach, scheiße Leerzeichen gibt's ja gar nicht Ich wollte hier Space Ich wollte dashen Aber das funktioniert nicht So, Patschehähnchen rein Bam Okay, aber das kriegen wir doch easy hin hier Das ist doch Famos, famos Hier ist nichts los So, Patschehähnchen rein Komm, jetzt aber So, Dankeschön Okay, warte Ich muss mir mal eben die Tastkumpel dazu Und hier merken Kommt mal alle ran Kommt mal alle ran So, Patschehähnchen drauf Patschehähnchen Hör Das kann doch nicht Patschehähnchen Und jetzt aber So, Dankeschön Was ist dat? Ach, scheiße Ist ja Pause gibt's ja hier nicht Junge, ich hab irgendein Klingeln auf die Ohren Das klingt nicht gesund Ehrlich gesagt So, okay Ich hab's, Leute Ich hab's Ich wollte gerade sagen Wir konnten hier noch dashen, ne? So, halt hier Okay Patschehähnchen rein Patschehähnchen Patsche Patschehähnchen Da Patsch Pack dein Patschehähnchen rein Was ist mit dir? Das ist Arbeitsverweigerung, was du hier machst, Junge So, jetzt aber Warte, 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 warte Er haut einfach die Ähm, wir müssen da lang Wir müssen ein bisschen mehr auf Elite-Gegner fokussen Vermute ich jetzt einfach mal ganz dreist Komm, komm, komm Okay, hier ist einer Nice Weiter, 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 weiter Die Tastbelegung nicht so ist, wie man sie gewohnt ist, ne? Das ist Ein Unding ist das Ein Unding Diese Flegel Patsch, patsch, patsch Auf jeden Fall Hier wird richtig reingepatscht, sag ich dir Ne, also wenn hier einer patscht, dann Nicht ich So, komm, wir brauchen Elite-Gegner Der, die, die hier sind alle für den Arsch So, komm mal her, hier Komm mal her mit deinem Patschhähnchen, so Bitteschön, weiter geht's So, ihr seid keine Elite-Gegner Euch möchte ich nicht Ich bin ein kleiner Nein, das sage ich nicht Jetzt werde ich gebannt hier Ich hab schon gehört, die, äh Twitch-Policy ist mittlerweile richtig hart hier Da geht die ganz steil Ganz schnell, ganz steil Okay, was wollt ihr hier? Warte mal, warte mal, warte mal Ach, scheiße Ach, scheiße Okay, okay Komm, komm, komm Okay, sollten wir vielleicht mal neu machen? Komm, wir machen mal eben neu Kann ich das auch so irgendwie? Hier? Ne, ne, muss ich erst alles Ach, ja Okay, okay Überhaupt kein Thema Überhaupt kein Thema So, komm mal her So, Dankeschön Ich würde gern weiter Bitte Ich würde einfach gerne weiter Lasst mich doch Ich würde gerne weiter Okay, also Drei ist Dash Vier ist Zusammenziehen So Patiähnchen rein Und dann Ult Also hier Das ist nicht Ult Ihr wisst, was ich meine So, genau Das ist der Dicke platzt Komm, gib mal hier bitte Die Bubble Danke Weiter 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 Zurück Weiter Okay Fuck Ich hasse diese Map Alter, wenn es sich so eine Scheiße einfallen Ah, ich vergaß Blüter halt So, jetzt aber Komm, das schaffen wir noch, Leute Das schaffen wir noch Oh, jetzt hier Pylonen der Macht Komm, 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 komm Okay 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 Patiähnchen auf Weiter 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 Junge, der kann doch nicht wahr sein Ich fress gleich ein Bär Wir müssen irgendwo fucking Ey, was ist das für ein Scheiß Okay, okay Ich seh schon Ich seh schon Wir müssen hier Mehr Struktur reinbringen Dieses Unstrukturierte Etwas hier Schon fast Schlag an Feuer beim Reden Ey Ja, 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 ja Am Arsch Ey, komm Lass das doch jetzt sein Okay Ähm Herausforderungsportalen Neustarten Ich nehme nochmal Schnell Einen Schluck Jetzt geht's los Jetzt gibt's Rambazamba Hier Jetzt gibt's Richtig auf den Arsch Nicht schlimm Passiert Passiert dem Besten Passiert dem Besten Und den Resten Komm Patiähnchen drauf Patiähnchen drauf So Und Ramba Okay, okay Warte, warte, warte Da ist doppelt was geplatzt Komm, mach mal den Pilot Oh, da ist noch hier So Zyklon Zyklon Junge, willst du mich verarschen? Ich brech dir die Rippen Komm schon Jetzt aber Yes Okay, okay Weiter, weiter, weiter So, da ist nichts interessantes Dann hier einmal schnell Komm, spring mal da rüber Und hier weiter Perfekt Okay Aber Alter Okay, wir müssen uns Äh Wir müssen uns die Wege hier merken Weil die sind echt ein bisschen Ganz assi Kacke Weißt du? Die machen mir das Leben hier schwer Verdammte Axt Ich brech gleich zusammen Ich brech gleich zusammen hier Junge, der kann doch nie wahr sein Was war denn mit der Offenbarung? Wofür war die nochmal? Kann mir das jemand sagen? Weiß das gerade jemand aus dem Kopf? Könnt's mir vor Durchlesen Vorlesen könnte ich's mir natürlich auch Aber Komm, jetzt geht doch weiter hier Junge Ich glaub, die war für die Äh, Zähigkeit, ne? Warte mal hier Perfekt Okay, weiter geht's Und ab in die nächste Macht Pylonen, nice So, weiter Wir brauchen ein paar Elite Das wär super Toll So Vielleicht sollten wir auch ein bisschen Mit dem Trash arbeiten Ich weiß es doch nicht, Leute Ich weiß es doch nicht Also alles hier Trashige Scheiße, ey So, Schild Nice Komm, 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 komm Okay, hier ist noch einer Komm mal ran, Jaufenbeter Komm mal ran Patschähnchen auf dein Köpfchen Ach, Scheiße Komm, nochmal Nice Und weiter Boah, gibt's auch irgendwo ein paar mehr? Guck mal hier Das ist doch schon mal Herz allerliebst Da geht mir noch einer Stahl, komm her Nice Das war's schon, wow Okay Wir sind zeitlich wieder so ein bisschen am Marsch Aber irgendwie joint auch keiner nach, ne? Das ist echt, äh Nicht so geil Äh, keine Bubbles? Ach, da ist noch einer Okay Überhaupt kein Problem Überhaupt kein Problem So Jetzt einmal weiter Komm her Komm, 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 komm Will dir mal einer sterben, oder was ist hier los? Danke Meine Fresse, ey Da klappt doch alles wieder nicht mit der Zeit hier Ehrlich Ich vergesse mal, mein Patschähnchen reinzusetzen Ehrlich Äh, hallo? Danke So Aus dem Weg, Mann Junge, ich bin gleich einfach am Ende von diesem scheiß Portal hier Selbst Musik hat aufgegeben Es läuft keine Musik mehr hier Ich werd weg Junge, er hat einfach sein fucking Schutzschild Ich krieg's kotzen Kann doch nicht dein Ernst sein So Guck, komm, komm Gibt's auch irgendwo noch was interessantes? Was für ein Elite-Pack Guck, guck Alter, willst du mich? Das kann ich Das ist nicht dein Ernst Ich brech ins Essen, Junge Ich brech ins Essen Und jetzt hat nicht Jetzt hat keiner hier ne fucking Hand auf den Kopf Komm, fick die Henne, Alter Weiter Weiter, weiter Sonst krieg ich Pustel am Arsch Geh weiter, hab ich gesagt Oh mein Gott Das kann nicht dein Ernst sein Das Wir werden noch einen Durchlauf brauchen, glaub ich Guck mal, hier ist noch ein fucking Moin, Burning Soul Scheiße, scheiße, scheiße Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht Schaffen wir nicht Eins Okay Ah, ich krieg einen zu viel Ich krieg einen zu viel Die rechte Maus der Tastenspand Sicher? Nein, ich meine hier Die explodierende Hand Links ist ja lebende Woge Oder hab ich was verpasst? Nein, Mann Ich wollte nochmal neu starten Das scheiß Portal Hier, tötet mich nochmal Könnt ihr doch so gut So Auf ein neues Guck mal Verrecken hier einfach schon An dem Scheiß Kann doch nicht wahr sein So Aber nochmal Junge Er überlebt Aber kann doch nicht Das ist doch nicht Willst mich doch jetzt hier Komplett verarschen So Ist er sicher? Das würde das Ganze enorm erleichtern Aber ich glaube, das ist nicht so Ne, sieht nicht so aus Ich hätte Oder doch Hast recht Doch, 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 doch Okay, alles klar Hast recht Hast recht Hast recht Hast recht Nice Okay, weiter Dann machen wir es uns ja Jetzt ein bisschen einfacher Hier Guck mal Dann brauche ich Das 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 macht mir alles einfacher Du bist ein Gott Ein kleiner gelber Schreibgott bist du Junge Hättest du die kommen können Bevor ich mich hier so zum Affen mache? Meine Fresse Immer das gleiche hier Hör auf jetzt Er macht seine fucking Lebende Ich brech ins Essen hier Meine Fresse Kann ich denn ernst sein? Alter 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 Komm mal ran hier Komm Puta Ja, das war jetzt Warte mal Ist der andere auch? Ist da alles mitgekommen? Oder lebt da noch irgendwas? Ja, ich wollte gerade sagen Da ist doch Da ist doch was im Magen Da habe ich die Hacke hier Weiter Weiter Wir haben keine Zeit dafür Hier ist noch ein fucking Geist Der gegen Wende scheißt So, guck mal Kommst du hier ran, Alter? Ich brech dir deine Geisterknochen Komm jetzt hier hin Das kann doch nicht dein Ernst sein Jetzt hau deine scheiß Woge da rein Meine Fresse Jetzt habe ich die Bubbles nicht bekommen Ist hier noch irgendwo so ein fucking Geist? Junge Ich raste da aus Jetzt laufe ich auch noch im Kreis Oh Gott Moin Hesse Grüß dich Wo lang? Alter, ich bin die Map jetzt schon viermal lang gelaufen Und ich verlaufe mich Der kann doch nicht dein Ernst sein Was? Ach, da oben Ey, ich kriege gar nicht so viel Ihr verlangt das Unmögliche Ihr verlangt das Unmögliche Ja Wie recht sie einfach hat Wie recht sie einfach hat, Alter Ich brech zusammen So, komm her hier Ist eigentlich voll einfach, ne? Ich hab's raus Ich weiß jetzt, wie es geht, Leute Ich hab's Pass auf Ich mach nur einmal so Zack Und dann rechte Maus lasst Und das Ding ist durch, Alter Und ich mach mich hier so zum Klops Und verkack den Scheiß einfach Das kann doch nicht wahr sein Ehrlich Es ist so fucking einfach, der Bild Ach Gott Guck mal Jetzt hab ich's raus So, ich mach einfach nur hier Zack Ich muss halt gedrückt halten Die linke Maustaste Bis der Die Pachi-Händchen überall drauf ballert Und dann hau ich bloß die rechte Maustaste rein Ist einfach Ist eigentlich das einfachste Scheißportal Was es gibt Und ich verkack's einfach die ersten vier Runden Weil ich einfach dämlich bin, Alter Ich Ich fress einen Besen, ehrlich Ich fress einen Besen So Kommen wir jetzt ran hier So Guckt der da dann So Hier auch nochmal Ran mit dem Zyklopen So Dankeschön Weiter geht's So kriegen wir auch die fucking Gruppen weg hier, weißt du Guck mal hier Zack, zack Patschändchen drauf Weiter geht's Dankeschön Einmal mit Profis, weißt du Einmal mit Guck mal wie das jetzt fluckt hier Guck dir das an Einmal verstanden Wie es funktioniert So Guck mal hier Schild Dann sterbe ich auch nicht so oft Aber jetzt sterbe ich gar nicht mehr Weil ich jetzt einfach King bin King tot Dann habt ihr Haki hier So, jetzt aber Komm ran hier alle auf den Meter Patschändchen Mach erst dein Patschändchen rein Sonst raste ich aus Dankeschön So, weiter Hier oben war da auch ein fucking Geist Guck mal hier Also, nee, fucking Köter Entschuldigung, Köter Ihr wisst, ich mag Hunde, ne Wisst ihr wirklich Aber das sind jetzt einfach nur Dumme Blöde Arschkriecher Genauso wie er hier Mit seiner ekelhaften Verkackten Zunge Ist auch so ein Arschkriechner Lecker So, weiter geht's Übrigens, dieses Programm Ist nicht jugendfrei Äh, nicht Nicht, äh, Kinder Doch, jugendfrei Ist jugendfrei Ne, ist nicht jugendfrei Ist jugendfrei Wie sagt Ist nicht an Kinder gerichtet, Mann Mein Sohn darf's nicht gucken Jetzt wollen die mir auch noch Auf den Sack gehen hier So, weiter Guck mal, ihr kriegt auch noch einen hier Kommt mal alle ran Zack Einmal die Zuhälterstelle Und weiter geht's Guck mal, jetzt bin ich hier schon Richtig gut dabei Richtig gut dabei Jetzt hab ich voll Bock auf den Monk Scheiße, ey Kommt mal alle ran hier Kommt mal ran Kommt mal alle ran auf den Meter So, Zuhälterstelle ins Genick Weiter Guck mal hier Die Muttis Bitteschön Da platzen sie einmal vor Freude Das ist ja wunderbar 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 Einmal guck mal Hier, was ist denn hier wieder los Bitte Nein, ich hab mich verdrückt Erst die Zuhälter Genau Und rein damit Dankeschön So, jetzt kommt gleich der Ober-Babbo-King-Boss Und dann nochmal hier ein rein So, du kriegst jetzt die fetteste Schelle Die du dir vorstellen kannst, Junge Ehrlich Ne So Aber, ne Bitte Danke Mein, der war jetzt aber nur Geburt, ne Also eigentlich ein total einfacher Bild Macht jetzt einmal ein Guide draus, weißt du so Also liebe Leute Wenn ihr auch an dieser Herausforderung Eine Herausforderung seht Und verzweifelt So wie ich gerade Ihr müsst eigentlich nur immer die linke Maustaste gedrückt halten Weil damit haut Vielen Dank nochmal an Burning Souls für den Tipp Damit haut ihr automatisch diese fucking explodierende Hand auf die Gegner Und mit der rechten Maustaste bringt ihr sie zum Bärsten Das war's Setz it Und hier mit Dash, ne Hier, äh Rasenangriff könnt ihr voran Dashen durch die Gegner durch An dem Pöbel vorbei Okay Mehr ist das eigentlich nicht Also ich könnte das Ding jetzt einfach noch mal in zwei Minuten fertig machen Aber Sparen wir uns das jetzt hier einfach mal Sparen wir uns das mal Sparen wir uns das mal Hübschen So Wo waren wir stehen geblieben? Bei Meister Ich will Dashens fehlen Okay Ähm Eine Frage Was mussten wir denn zuerst scrollen? Beziehungsweise hier bei Kadala Alter tu mir deine scheiß Bücher an Schieb dir die sonst wo nicht Ich will die nicht Hier schmeiß die mal hier in die Ecke Alter Schmeiß die hier einfach Es geht einfach nicht Ich muss die wahrscheinlich verkaufen Hier ey Kann ich dir? Ne Bist kein Kein Verkäuferling Komm hier Ey Kann ich dir verkaufen Für einen Dala Ja man Beste Okay Dann hier Weil wir es haben Einfach weil wir können Einfach schon mal hier so ein gelbes Item Obwohl wir Level 1 sind Einfach weil wir können Ähm Gut Jetzt kommt Jetzt muss ich überlegen Wie das war Boah schon so lange her Ähm Wie war das Leute War doch irgendwie ne Boah Was muss ich machen Ne Zweihand Ne war das glaube ich Komm wir machen mal Wir machen jetzt einfach ne fucking Zweihand Mir ist scheißegal Habe ich ne Grundaggressivität hier gerade? Nein Natürlich nicht So machen wir davon mal zwei Stück Dankeschön Kadala Äh Ich muss erst den Cube holen Das ging ja mit dem Cube Guck mal da war ja was Pass auf dann packen wir die weg Weil ich kenn mich Ich verkrab die nämlich gleich Sonst aus Versehen Was nicht so geil wäre Und jetzt müssen wir jetzt einmal in die Ruinen von Secheron Als wär's gestern gewesen Ich erinnere mich an alles Ich hab grad hier Meine Amnesie ist einfach weg Aber warte mal ey In der Zeit Machen wir hier Schwierigkeitsreduzieren Reduzieren Reduzieren Dann laufen wir nämlich nur durch Weil mehr brauchen wir grad gar nicht können Moin Wo ist die? Wie geht's dir? Hier kommt die Wurst Hier kommt die Wurst Okay Ähm Hast du da was versteckt drunter? Nein? Okay gut Dann Ich geh aber hier aber weiter Leichnam des Yetis Ach ne Eines Yetis Aber ist egal Und ein paar schöne Handschuhe bekommen Das ist auch wunderbar Und direkt ein Level Up hinterher Und Gold Ähm Warte mal Was war denn hier? Ach ne Ich kann keinen F-Tasten drücken Weil ich hab die alle belegt Dann breche ich wahrscheinlich die Aufnahmen ab Oder sowas Ähm Da Flügel Flaggen Gefährten So Gucke mal Machen wir uns direkt mal schick hier So Flagge So Gucke mal Noch ein paar schöne bunte Schmetterlingsflügel dran Boah ist das ekelhaft Was bist du denn? Da Die will ich haben Da muss ja alles standesgemäß sein Und passen hier Ne Darf man nicht vergessen So Wir haben hier übrigens Level Up Wir haben hier Hammer der Uhr Da können wir nicht einmal BAM Ins Gesicht Ja ja Ist nicht schlimm Komm weiter jetzt hier So Dankeschön Lass dir das mal bitte sein Tasche eines Barbaren So Dankeschön So Guck mal Übrigens habe ich gerade Big Brain Äh Moment Ich wette Mag es boosten oder lieber selbst leveln Äh Ist äh Solo Self found Ich weiß nicht Kann ich überhaupt in der Gruppe spielen Wie ist das umgesetzt? Ich habe das vorhin schon mal kurz angefragt Hab halt hier so Solo Season Weißt du Jetzt weiß ich Ob ich Darauf verdammt bin Allein nur spielen zu müssen Oder Moin Second Grüß dich Wie ist die Lage Der Werte her? So Warte mal Wo müssen wir denn Ach fuck Falsche Karte Da wollte ich Okay Könnt ihr einfach Das bitte sein lassen? Ich habe da jetzt keinen Nerv für Ehrlich Ich will nur den fucking Cube haben Hört auf Hab ich gesagt Komm jetzt hier hin Ich brich dir das Genick So Weiter geht's Dann ist nur Solo angesagt Ah Guck mal Okay Aber danke Dass du gefragt hast Aber Äh Ja Ich glaube meine Leute kennen mich mittlerweile Ich mag ungern gezogen werden Ist einfach nicht meins Weißt du Aber trotzdem danke Es lieb dass du fragst Mensch Stamp On the ground So Einmal weiter Warte mal Wir müssen glaube ich da hoch Oder warte mal Wir gucken mal Vielleicht kommen wir auch hier einfach lang Noch muss ich hier arbeiten Das ist ja nicht so toll Hast du dir keinen Brückentag genommen? Bist du brückenlos? Einfach Second Einfach lurken Lurken Beste Lurken Ey Ist einfach eine fucking Sackgasse Kann nicht wahr sein So hier Bam So Was haben wir hier noch schönes? Hieb Spalten Spalten ist viel besser Ich mag Spalten Felsspalten Ja In Österreich gibt's morgen keinen Feiertag Ja gut Wäre doof wenn die den Tag der Deutschen Einheit feiern Hätte es vor 80 Jahren Irgendwie ein anderes Event gegeben Dann hätte das passieren können Aber so Oh Gott ist das wieder böse Es tut mir leid Ich vergleiche Achso da Guck Ach mal Ich hab sogar noch die ganzen Tasten Kombinationen drauf hier Ey Ich Werd Irre Da haben wir erstmal einen Bogen gefunden Ich werd bekloppt Was kann der? Oh guck mal 25% mehr Damage Das ist ja wunderschön So ich wollte hier eigentlich rein Wie viel Damage haben wir? 9,1 Ey 9,51 Entschuldigung 9,51 Das ist ja Wow Ich hab's nur angemerkt Just only Ich hab's nur angemerkt Heißt ja nicht dass ich es mir wünschen würde Oder sonst was Ich hab's nur angemerkt Da muss man ja Man darf ja die Vergangenheit auch nicht vergessen Man muss da ja irgendwie Licht ins Dunkle bringen Weil wir wissen damals war es nicht ganz so hell Junge Eisener Käfig Ich mach hier gar keine Quest Du kannst mir am Arsch lecken Ich lauf einfach weiter Ne Kannst du knicken Ihr könnt alle bleiben mit eurem scheiß goldenen Käfig da Ich will nur meinen fucking Cube haben Mehr will ich gar nicht haben Oh und die Axt Die Axt wär noch geil So wie sieht's aus Ist ne Kack Axt Boah jetzt kommt hier Talla Alter Ich werd verrückt Kannst du mich mal bitte einfach in Ruhe lassen Bitte Musik geht so oder ist die zu laut Nice Was will er hier Ein Hammer ins Gesicht Fetten Hammer ins Gesicht So hier sind wir doch richtig Ich